So, dann reden wir mit dem Ding. Hey! Hey! So, damit hätten wir jetzt auch die Fische erledigt, die armen Piranhas. Okay. Ha, sehr schön. Das ist wirklich ein gutes Gefühl voranzukommen. Sam? Oh, oh. Äh. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie das wirklich trinken. Oh, die sehen so putzig aus. Guck mal, der Sam hat auf sein T-Shirt Max drauf. Ist aber echt irgendwie putzig. Ja. Ja, und jetzt? Wir gehen mal kurz zurück. Was machen wir denn jetzt? Ich wollte ja eigentlich dem... Ich wollte das Getränk einem ganz anderen geben. Das wusste ich auch nicht. Das war ja geckig. Aber cool, dass wir das auch nehmen konnten. Hm. Oh, Abe. Oh, Abe. Isn't it beautiful? That gentle breeze and that melody in the air? Mmm. hmmm oh keine angst ich habe alles aufgenommen der ebter ist schon manchmal echt ein arschloch na komm es ist echt unglaublich ich wusste dass da noch was passieren wird das war ja offensichtlich zwischen ab und so kommen wir reden mal mit elb äh so mhm blinken ja naja vielleicht hat das auch nicht anders verdient so aufgepasst wir geben ihm mal wasser vom jungbohnen hm dank you hmm Das war's mit ihm, ich fand den Wilhelm Scream von eben schön, dieser bekannte Schrei, den wahrscheinlich auch die meisten von euch kennen werden. Jetzt ist er echt aus der Existenz verschwunden, oder wie kann ich mir das vorstellen? Okay, wir gehen mal in die Höhle. Endlich! Nein! Nein! Mighty Kamehameha doing donuts in a splintered paddle boat. Look, Max, it's the spectral form of Mr. Spatula. That's just our dead goldfish! Gasp! Blasphemy! Venga, High Priest! Oh, Mighty One! What's the punishment? High Priest has spoken! You to be executed! Now hang on! Was hast du dir selbst gesagt? Ähm, ja, da sind wir ja auf ganz sympathische Gesellen getroffen. Diese ganze Blasphemie hier immer ist auch schön. Hm. You can't execute us. We're the Freelance Police. Killing us would bring down the wrath of legions of fans and licensors. Not to mention the ASPCA. We no like killing. Speak for self. But we must act on will of High Priest. He our only conduit to mighty fate. Ja. Think about what you're doing. You seem like a fairly reasonable group of, äh, what are you anyway? We are the underfoot protectors of the sacred home of Ranakao, the volcano god. The airbreathers call us Ocean chimps. We no like that name. Besonders, die sind, wir sind doch immer noch an Land. Warum schwimmen die? Oder sind wir unter Wasser? Hm. Your High Priest is a false prophet. That very serious claim to make. Could make us lose tax exempt status. How you back it up? With a filet knife and some sushi rice. Kill them! Umm. We know that impostor is lying because Max is the true High Priest. Hm. It does have feet. Maybe Shulu's dog speaks the truth. Look. We ancient civilization that worship giant feet who speak to us through ghost fish High Priest. We're not gullible. If White One with mouth truly is High Priest, he prove it by fulfilling the ancient prophecies. I bet there are three of them. He knows our ancient traditions. Maybe he really is the chosen one. Ancient say that an outsider will be anointed by the feet. The feet will recognize him. And he will perform great miracle to feed his people. What was water becomes delicious treat. And the island itself will show us the face of the true High Priest. He appears before us in the living rock. Umm. Explain this whole anointed by the feet business. The Great Feet speak to us through the High Priest. The outsiders stand under the Great Feet. They move to show they accept him. Okay. What kind of miracle are you guys looking for? Prophecies say. The High Priest feed us all. By turning water to Banang. 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 Banang? Banang. 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 Finishing. Okay. What do you mean about the island showing his true face? Prophecies say image of true High Priest will appear to us in the cavern. That prove? Our High Priest is the one. Look. Good. Das ist das Bild von Max. Was? Du bist verrückt. Das sieht nicht wie Max. Max hat zwei Ehrer. Das ist nur ein Seashell. Die Räume neben ihm sieht genau wie High Priest. Das ist ein Miracle. Hmm. Das ist Max, in ein Nutshell. Wir glauben es, wenn wir ihn sehen. Wir sind die Leute verehrte. Dann geben wir mal unser Bestes. So, lasst mich das direkt. Du wehrst Feet? Ja, die großen Feet, die immer über uns hängen. Die Wege der Welt sind in den Taten. Der erste Tate geht in die Welt, um Essen zu seinen Menschen zu bringen. Und der zweite Tate geht über seine Leute, immer wieder. Der erste geht in den Markt, der erste bleibt nach Hause. Der dritte teaches uns, um die Bounty der Natur. Und der dritte teaches uns die Pürstin des Fasten. Der erste hat Rostbeer, der erste hat keine. Und wenn die Endtimes kommen, der 5-Tate zurückkommt, um seine Menschen zu Hause zu bringen, um den Paradies zu bringen. Ja, 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 ja! All the way home! Ja, 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 ja. Das ist ja schrecklich. Besonders Max hat auch keine 15. Naja. Ja, ja, ja. We only reach full size when raised by children whose parents truly love them. Hmm. Wait, before you talk, we have question, how you air breathers survive down here. I had the forethought to use bubble wrap and crazy straws to fashion my tie into a stylish and nearly imperceptible Aqualong. And I'm amphibious. Sure, it got me teased a lot in school, but as it turns out, it's pretty useful. Yeah. Okay, also wir sind wirklich unter Wasser und das waren gerade zwei sehr logische Erklärungen, warum wir hier atmen können. Danke dafür. What are these prophecies, which the high priest has to fulfill? Prophecies say, true high priest will be anointed by the feet, will perform miracles to feed us, and the island will show us his true face. Okay. Thanks for the reminder. We want to get Max anointed up. Okay, we humor you. Oh, mighty feet, give us a sign. Do you recognize this white stranger as your servant? Uh, Steinfuseur. Yeah. You waste our time. Feet say, you not high priest. We kill them now? No. We must wait for sundown. Mhm. Even if we could reach them, I don't think they're ticklish. Fairly or no? Some kind of ceremonial urn. We eat ritual food from there. Like still beating hearts of victims or party mix. Ja. Also Studentenfutter finde ich auch gut. Schlagende Herzen eher weniger. Wenn ich ehrlich bin. Wir haben hier einen Gong. Den werden wir hoffentlich zu unserem Vorteil nutzen können. Maschinengehäuse. It's the entrance to the Lava-Machine. That only used by high priest. We're in his entourage. His entourage is just me. Only I can open magic door. Hm. Wir müssen die also irgendwie überzeugen. Hier ist noch ein Gong. Schneckenfahrt. It's that Seasnail's disgusting red residue. It's an incontinent Seasnail. I hope that's red ink and not something else. The world beneath the sea is both wondrous and completely disgusting. Ich stimme zu. Und wir haben einfach eine Schnecke eingesteckt. Warum auch nicht? Nope. Gut. Dann eben nicht. Ja und nun. Hier ist noch ein Gong. Ähm. Ich muss selbst noch überlegen, wie wir am besten vorgehen. Druckmesser. Es sieht aus wie ein Druckmesser ist. Wir müssen es ausziehen. Es ist auch schön. Es sieht aus wie ein Druckmesser ist. Wir müssen es ausziehen. Hier ist der Ausschalter. Hier wird es. Es sieht aus wie ein Kind von Master-Control-Lever. Das magische Busch-Doc-Phone. Let's you talk to Volcano-Guard. Only High Priest get to use it. Wasserspender. It's Mr. Spatula. That High Priest Spatula to you. Ja. Das. Der wurde doch in der ersten Episode der zweiten Staffel getötet von einem Roboter. Ist das. Ist echt unfassbar. Dass der hier auftaucht. Was machen wir denn mit den Füßen? Wir hatten jetzt hier ein Portal. Hier sind auch noch Füße. Ehrlich akkurat. Right down to the finely sculpted Hangnails. Mhm. Der Watercooler ist eine der oft oft repetitiven Formen, die in Natur erscheint in der Natur. Maxige Muschel. Ein anderer aus der Natur's verrückenden Wundern. Ich muss mit den Chimps zusammenhängen, Sam. Das sieht nichts wie mir. Äh, das wird schon noch. Naja. Keine Ahnung. Können wir dann hier nichts anstellen. Nicht passiert. Ähm. Schnecke. Keine Ahnung. Und hier drüben. Kisten. Oh. Kratzen voll von Video-Games über Kratzen. Ein Flugzeugradio. Die Flugzeugradio. Sieht immer, dass sie arbeiten. Hallo? Hallo? Ist jemand da draußen? Äh. Atenzione, Cesar, Ida, Otto. Atenzione, Charlie, India, Oscar, 10172006. Äh. Tora, 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 Tora. Ah, Krebs, noch nicht. Margie, hast du gesehen, mein Flugzeug? Du hörst auf Get the Lead Out weekend. 107.7 KSAM. KSAM. Easter Island. Oh, Mann, ey. Wir sind auf die Erde und wir wollen mit dir ein Kontakt mit dir, Baby. Okay. Auf und raus. Hm? Hörst du nicht. Atenzione, Charlie, India, Oscar, 10172006. Ja? Over and out. I know you're out there. Uh. We are observing your Earth. What? We have come at last. Prepare to meet your doom. I knew it. I'm ready for you, suckers. You just tried to find me. We heard that, Bosco. We are not amused. Ow. Can't talk. Gotta go. Okay. Just respond, if you can hear me. Tora, Tora, Tora. Ah, Christoph, not a captain. Margie, have you seen my flight jacket? Ähm. We are observing your Earth. And we'd like to make a contact with you, Baby. Ja. Over and out. So viel dazu. Reiseführer. Hm. Some interesting Seaside reading. Is it piloting for imbeciles? Nope. The desperately lonely traveler's guide to Easter Island. For the most relaxing trip on Easter Island, bring plenty of basalt. It's a mind-altering substance for the Moai, that helps them tune in, turn on and drop out. Wow. We're really off course vanished, said Adrift and disorientated. But what does it all mean, Sam? I don't feel like waiting around for years to find out. Hey, Matt, keep on the lookout for rogue polar bears. I always do. Die Luke erinnert mich irgendwie wieder an Lost. Hier ist eine Fernbedienung. Hier ist eine Bowling-Kuh. Was finden wir denn hier alles für Gegenstände? Hey, it's our missing bowling ball, Lou. I'd assumed he'd gone on strike. Comments like that are yet another reason you need to get me that harpoon gun. Hmm.